Hallo, heute zocke ich für euch Moschling Rescue. Wir fangen einfach mal an. Oh, wie geht das denn ab? Ah, gut. Zack, 100 Punkte. Tauschen wir die auch 100 Punkte. Was ist denn mit dem Vieh hier? Das verstehe ich. Ach der muss bis dahin. Denke ich mal. Jetzt rutscht er wieder hin. Ah, jetzt schnalle ich es langsam. Alter, das ist ja schon im Ziel. Das ging ja. Das war auf jeden Fall richtig geil. So. Machen wir gleich mal weiter. Jetzt sind wir am Level 2. Und weiter geht's. Ah, jetzt ist das schon ein schön langer Weg, wie ihr seht. Aber er geht mir am besten. Mal gucken, wie lange wir brauchen. Mann, Alter, was der mir das immer zeigen will. Was ist denn das für ein Scheiß? So, wen nehmen wir als nächstes? Sagt mal was. Nehm ich den. Zack, haben wir auch geschafft. Coole Sache. Drei Sterne. Gut, also die App macht eigentlich Spaß, finde ich. Probiert es einfach mal aus. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann vergesst nicht zu abonnieren. Um mich beim nächsten Mal wieder zu sehen. Bis dahin, haut rein. Ciao. Ciao. Vielen Dank.